Heute war eine Probe für das Mozarteumorchester und mit mir für ein Wagner-Gala-Konzert am Sonntag. Ich singe Liebestod aus Tristan und Isolde und Schlussgesang von Götter Demmerung. Wir haben Johannes Wildner dirigiert und wir kennen uns auch ziemlich lange. Anfang meiner Karriere haben wir Henze und Gretel, hat er mich daran erinnert, 40 Mal gemacht zusammen. Wir haben uns seit langem nicht gesehen, so das ist auch sehr schön, mit ihm wieder zu arbeiten. Ich war da zum ersten Mal jetzt heute und es ist immer interessant mit einem neuen Orchester, die erfahren das zum ersten Mal. Es erweckt eine Fantasie in jedem Spiel, du siehst das in den Gesichtern und so. Es macht viel Spaß und ich denke, die haben auch viel Spaß dran. Es ist mein Debüt hier, ich habe noch nie im Festspielhaus hier gesungen als Solisten und ja, ich freue mich. Ich weiß, was für eine super Akustik es hat und es ist eine riesige Freude da zu sehen. Ich bin ja noch nie im Felsfall aus, wer mich bei uns fijnern. Ich würde sie gerne, ich懷 ע male geht, weil das ins Haus liegt wochen geht, aber es 민 millor. Ich bin ja noch nie im Festspielhaus hier gesungen als Solisten und Entspend feature. ג